Was geht's? Ich bin CetriPoGamer. Gib ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke und ihr keine Videos mehr verpasst. Also ich mache heute so drei Spiele. Ich habe ja nur drei Spiele. Also wir fangen mal mit Subway Surf. Dann mache ich Watchdash und dann mache ich durch den Roblox. Ich habe noch keinen Stint auf Subway, weil ich nicht so viele Spiele. Ich schaue auch meine anderen Videos. Ich habe so ein Plakat gemacht. Und in einer Woche mache ich auch mein Fantreffen. Und dann machen wir bei der Frieden. Bei der Märkertschule. Da mache ich mein Fantreffen. Und der Schlecht wieder. Richtig gut. Okay, die müssen natürlich mal tun. Das war knapp. Schreibt mal in die Kommentare und ihr... Nein, ich bin untergefallen. So, okay. Jetzt spielen wir Reiz. Das ist mein zweizletzter Rund. Dann spiele ich Goldsdash. Ja. Nein. Ach Mist. Ich habe das nicht Express gemacht. Ich werde mich jetzt vergessen. Okay, das ist die letzte. Hey, ich muss mich richtig gut konzentrieren. Nein, 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 nein. Look, look, look. Das ist so schön, es lebt. Und hier sind unsere Vlogger noch hier. Weil es hier dann Schügel gibt. Ich spiele auch gut das Adoption, ok? Ich spiele auch gut das Adoption, ok? Und ich schreibe auch in die Kraft. Ich schreibe schon starker Lekt. So mag ich nicht. Schleckt manchmal. Ich habe vielleicht nicht genug Impfung mit. Hier, wo ich spiele? ich habe es kein internet hier ich bin irgendwo platz wo meistens internet gibt ich sag einfach das war's mit dieses video gibt ein like und ein abo da und ich sag mal